zu many items oder ne intreaks und was ist noch keine ahnung jan hat glaube ich gold geklaut das interessiert mich so die musik ist so geil die ich hier drin hab da ist ja ein stein drin ach hier ist glaubst du drin das ist gut und ein steinschwert klaut halt eiskalt ernsthaft gold ne glaube ich zuerst mal den unteren raum ein bisschen ausstaffieren denn dort wird der boden einfach clean stone bleiben weil was vorhanden ist weil ich das ändern nö buch hab ich ein buch wenn du kein buch hast wir haben hoffentlich genug leder und zuckerrohr ich mach grad ich mach grad eins ja pappen zaubertisch für dich bringst du mir den hoch oder soll ich zu dir kommen ich werf ihn dir runter das ist ganz doof bald bin ich an deinem an deinem turm dann dann geht alles einfach schmeiß mir einfach dann drunter und sagt dann aber dass du mir drunter geworfen hast ja wo bist denn du bist du beim beim feld gerade bist du da oben hier bin ich ich bin oben auf meine brücke meine frage kommst du das müsste eigentlich hingehen ich weiß nicht ob ich die brücke treffe mit dem objekt aber hat man ja aber werfen wir mal ich sehe es nicht mehr müsste ja absagen aber es ist vorbeigeflogen zu weit dazu weit aber es macht nichts haben alles klar ja leute für heute für heute diesmal wird es wieder glaube ich ein ticken langweilig hoffentlich langweiliger ach so ruhiger ruhiger wäre natürlich auch gut ne ja im vergleich zuletzt war bestimmt ja glaub letzt mal wollten wir mehr bauen dann hat es halt nicht geklappt war wissen gar nicht warum alles hat angefangen durch eine unschuldstat von mir ist hat erst richtig angefangen durch mich durch das dass ich einfach das haus das ich gebaut habe für schlecht bezeichnet hat nachdem es von denen um modelliert wurde und dann ja dann es eskaliert es ist eskaliert als ich alle getötet habe eskaliert ja genau es ist eskaliert ich habe wieder ich bin ich bin ich habe wieder vergessen pennen 1 hallo blablabla bin ich pennen gegangen traubertisch und ich tue mal kurz die ganzen hühnchen herausnehmen die brauche ich da nicht wo alex ich glaube ich bau demnächst Prozent vor jahre was macht er wieder hüten hüten töten er tut hühnchen nicht mit hühnchen bewerfen mit eien ohne spitzhacke weil dann machen wir jetzt einfach eine stein spitzhacke weil ich glaube sie reicht aus weil die machen zwar keinen schaden aber die gehen trotzdem auf den sack also eins muss ich sagen stein spicka spitzhacken sehen bei den texture pack scheiße aus wo alex ich mache ich glaube ich bringe das jetzt noch was ich mache bei mir bei da oben womöglich gleich eine falle hin wo du kommst halt hoch und dann gehst du durch einen kleinen gang der dich runterfallen lässt wo deine lava rein fällst falls dann einer von den haupt unangemeldet ja dann viel spaß soll ich das bringen mach was du nicht lassen kannst schließlich mein haus ich müsste eigentlich ab der hälfte plötzlich anfangen mit anderen blöcken zu arbeiten weil netherrack meinst du mit ja du müsstest halt dann anfangen mit ding zu bauen mit quarts nee das ist ja zu viel arbeit ja doch womöglich ne ja quarts wird so richtig schöner ich würde ich würde mal quarts säulen nehmen ja das wäre alles so richtig schön himmelhaft aber himmlisch ressourcen alter ressourcen ja wir können ja genügend quarts fahren wenn ich helfe ich dir irgendwann mal da mit dem quarts farm jetzt wollen wir jetzt wollen wir alle beide momentan getrennt aber es wird es wird ja zusammen gehen was ist finde ich übrigens mega nice dass wir dass wir das zusammen geht bei mir ist ein hühnchen an luft gestorben das passiert mir täglich passiert mir täglich passiert mir täglich die vorstufe eines gamers die vorstufe eines gamers ah fischluft ah tötet mich na ja es ist halt echt so ja ihr wusstet es noch nicht aber wir wurden alle aus eiern ausgebrütet und dann kamen wir aus frischen eiern ja aus frischen eiern aus den unfrischen kamen die politiker deswegen sind die auch so neidisch dürfen wir nicht behaupten weil sonst glaubt das ist noch irgendwann einer dass wir aus eiern bestehen ja ich glaube ich habe das thema verfehlt thema verfehlung setzten pflanzen erde kies bullshit 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 kiste ich habe pubiot noch gar nicht gehört was kubi will cool sein und sich besoffen anhören ok so wie machen wir das dann fahren wir jetzt mal wieder ein bissel weiter schneller schneller ähm behutsamkeitspicke ach so willst du brauchst du sie ja klar komm her wir wissen jetzt wie wir das machen behutsamkeitspicke jetzt kannst du einfach sogar so wie du jetzt stehst einfach parallel senkrecht meine ich drauf runterschmeißen auf die brücke das müsste eigentlich drauf landen so erstmal suchen da hinten noch sehe ich den turm ne boah alter ich glaube ich brauche ich werde die nächsten 50 folgen oder so immer noch diesen grundriss bauen ui 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 leck so stehst du auf der brücke ja dann gehe ich mal hier hoch ne 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 hier weiter rüber weiter rüber weiter von mir aus gesehen rechts ja 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 ähm stopp jetzt schmeiß runter headshot perfekt das habe ich extra so gemacht wir haben echt ein gutes trouble system für unsere ganzen sachen ja aber weißt du wie geil das halt wäre wenn wir wenn dieser aufzug wir könnten sogar ein abzug genau also ein aufzug nach unten machen halt auch ja dann machen wir einfach sprung pool nach unten wird wasser drin ja das mache ich eben so so ich baue jetzt diese eine falle ne dass wenn jemand unangemeldet zu mir kommt ja mach das ähm was mache ich mich anmelden sollte man meinen ich vergesse es wahrscheinlich so dann testen wir mal mein neues heulenportal aus wenn das ist jetzt sozusagen ähm du weißt jetzt schon dass sie kommen werden sehen ob du es machst ja und dann werden sie halt richtig geil in diese falle rein laufen und verbrennen wieso sollen die verbrennen was sind da drin lava aber hast du wieder den slava killer raushängen lassen hm 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 vielleicht aber ich glaube ich bräuchte dann auch mehr sachen wie stelle ich mir das denn vor hier kommst du hoch ungefähr bis da oh ich brauche nochmal Stein ich müsste mit einer Tripwire arbeiten eigentlich äh entweder Tripwire oder ähm ich mach Eisen äh Stahltüren also Eisentüren hin und danach ähm die Eisentüren sind schon gepowert von außen heißt die gehen nicht auf die sehen nur zugepauert ja ja die kann immer noch einmal kaputt machen und lava in Kombination mit ähm Türen ist immer doof nein die sind richtig rum weil wenn sie richtig rum sind dann sind sie gefährlich wie meinst du wenn sie falsch rum sind kannst du dich in der Tür verstecken vor der lava weil da die sozusagen Luftraum haben und dann baust du einfach ähm setzt du einfach einen Block hin und fertig bist sicher Moment haha effizient alter Effizienz 3 ne das ist Effizienz 4 und in Kombination mit Dings ich glaube ich mach mal ein paar Gold picken gleich noch Endy meine toll verzauerte Dier picke die mit der ich dann hier durch ramse einmal uuuhh hier ist noch einiges an Quarz das ist schön vor allem in Kombination mit dem Super Secret Settel den ich drin hab ich mag dieses Super Secret Settel in Kombination mit dem Packsharpack die einfach mal Konturen reinbringt lol hat grad voll geleckt der Server so ja ist mir auch aufgefallen hier kommst du rein wie viel Kilometer hat der jetzt eigentlich ähm mehrere oder soll haben ja das ist ne gute genaue Angabe mhm ganz kurz mit nem Dropper wie baut man nochmal nen Dropper keine Ahnung du hast den mal gebaut ich bin nicht ich glaub wie man nen Dropper baut ah ich könnt nachgucken kannst du kurz nachgucken ja ich könnt nachgucken ja kannst du das kurz machen ja könnt ich machen warte mit dem Bogen ne ich will nur kurz mir nen sicheren Raum bauen in der Hölle alter wie der Server leckt ich will kurz mein Handy das OO hab ich voll spät mein Handy holen kann von hinten den Minecraft Super Power Mega Hammer XD Teil rausholen kann Herze boah alter ernsthaft Alex ja ja ah ok ich dachte grad ich Disco oh mein Gott ist hier viel los ja ich kann ich kann Drohnen nicht öffnen kurz mein ach so ja so Minecraft Experte so jetzt gehts wieder sechs das heißt noch drei zwei aah Schiller 1 zu viel ähm ist wahrscheinlich bei Mechanisms oder? ein Hopper oder? ein Hopper heißen die im deutschen oder? im englischen ja und was ist das? ah wohnt ein Button ähm redstone Comparator Iron Traptor Hopper 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 mit einer Kiste in der Mitte zwei Eisen rechts und links jeweils und unten drunter eins kein Trichter ein Dropper doch Dropper heißen die damit das passt muss hab nur Hopper ach ein Dropper ein Dropper ach so ähm ein Redstone Block ganz unten und dann sozusagen Mitte freilassen und dann den Reststein unser Cobblestone ok Acker Bruchsteine ja Bruchstein ist mega hässlich ähm ja ich mach mir irgendwann noch ein eigenes Sound Redstone Sprach Package wieder Holz 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 Stein vier Stück zusammenkleben nur zusammenkleben ok nix speziels weißt was ich immer schon mage meine Aktionen dass ich immer so nah an Lava bin das ich rülpsen muss Nein, dass ich immer so nah an Lava bin Und dass ich ripsen muss Ja, das auch ein bisschen Vielleicht Ja, gut, okay, mag ich halt auch Ja, gut, ja, du hast schon recht Ein Ripser war schön So schön klangvoll Und so mundig im Abgang Mundig Weil dich im Abgang mundig